Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe, hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute wieder eine Runde Bloons Tower Defense 5 und es dauert ewig bis man in dieser Ranghöhe levelt Leute. Ich bin neugierig, wenn wir Level 71 sind. Wir machen heute wieder eine Zufallsmission und wir werden die schaffen. Oh ja, ich liebe diese Map genauso. Das sind meine Maps einfach. Ich mag diese grünen Maps. Das fällt mir gerade auf. Alle die grünen sind magisch. Die Natur ruft. Du erhältst zehn Blumenbärbüsche, einen Bienen... Das wird eine Special Agent Party, sehe ich schon. Du erhältst zehn Blumenbärbüsche, einen Bienenzüchter und fünf Superaffenstürme gratis. Ich muss eins dazu sagen, ich habe keine Ahnung, was man mit diesem Superaffensturm verursacht. Ich weiß es nicht. Also das ist der einzige, den ich nun erkenne. Alle Türme sind inaktiv, außer Superwaffen, die aber begrenzt sind. Bestehe Runde 55, alles klar. Bevor wir jetzt anfangen, würde ich da gerne einmal einfach den hier... Wo geht man denn hin? Den kann ich ja nicht mal auswählen. Hallo? Achso, der kommt dann praktisch. Okay, okay, okay. Gut, dann gehen wir hier den Bienenzüchter hin, würde ich sagen. Ja, und die Büsche halt, die so weit wie möglich zurück. So, was haben wir hier? Ja, einen Superaffen, kann ich schon bauen. Geil. Und dann kriege ich da einen Sturm oder so. Irgendwie geht es. Ich habe keine Ahnung. So, so viel Auswahl habe ich hier jetzt auch nicht gerade. So, die Büsche aus logischen Gründen, so weit wie möglich nach hinten. Ne? Ist ja irgendwie logisch, Leute. Denn je weiter hinten die sind, desto sicherer ist es, dass die auch länger halten. So, wie viel haben wir? Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, das ist alles mal vorläufig. Los geht die Party. Wolf 1 von 55. So, die werden auch den Boss aufhalten müssen. Das wird ein Spaß werden. Die wachsen ja mit der Zeit. Eigentlich müssen die alle wachsen. Wieso wächst nur der und der nett. Jetzt wachsen wieder die. Ist ein bisschen komische Sache, aber egal, ob es funktioniert. Stahlbluts kann der Bär ja nicht platt machen, glaube ich. Wir müssen jetzt auf diesen Superaffen hier sparen. Bis jetzt funktioniert das so halbwegs hier. Aber es kommen natürlich auch schwierigere Bloons. Von daher, das wird nicht ewig so gut gehen wie jetzt. Jetzt ist praktisch Geldsammelzeit, so gesehen. Bis wir uns diesen Superaffen leisten können. Das ist jeder Einzige. Und Superaffensturm, da muss ich schauen, was das bewirkt. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da bin ich selber neugierig jetzt. So. Bis jetzt haut es ganz gut hin. Wolf 9. Aber das ist ja auch nicht besonders schwierige Bloons. Gerade so. So, 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 so. Dreieinhalb brauchen wir. Wolf 10 haben wir. Der soll immer den ersten machen. Ich denke, das geht okay. So. 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 Jetzt wird sicher was in die Büsche hier gehen. 100 Pro. So. 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 So das riesige Problem. So geht das ein bisschen besser. Klar, wenn man in Superman geht, dann ist wieder ein bisschen Ruhe hier. Wave 16 haben wir. Wave 17. Also ich denke, das sollten wir hinkriegen. Wave 18. Und der Superman ist in der Haus. Überlegt gerade, wo man hingeben. Hier. Hierhin vor die Brücke. Der kann halt keine Stahlblunts oder zumindest noch nicht. Wir müssen den upgraden. Ich traue mir das jetzt nicht benutzen, weil das ist irgendwas Besonderes. Das nehmen wir dann zum Schluss. Ich vermute mal, dass da irgend so ein paar Supermarkers ankommen oder so. Keine Ahnung. Wave 23 haben wir. Wave 24. Gut, der geht in den Busch. Die Camon Flags gehen in den Busch, okay. Nimm das da jetzt zuerst. Statt der Range, die Power. Wave 27. Weil wenn man den Upgrade macht, dann glaube ich auch die Stahlblunts. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Jetzt kommen jedenfalls Stahlblunts. Oh Gott, die gehen voll da rein. Das ist natürlich scheiße, aber der Busch muss die jetzt aushalten. Oder die Büsche. Wow! Wollt ihr mich verarschen? Habt ihr das gesehen? Da räumt man komplett die Büsche ab. Wie soll man denn die aufhalten? Das geht ja gar nicht dann. Loll, also das ist doch mal Verarsche. Das geht jetzt nur, wenn man das hier nimmt. Beziehungsweise diesen Superdingspumpster wahrscheinlich. Ja, das ist scheiße. Wenn ich sie nicht aufhalten kann, wie soll denn das gehen dann bitte? Wie soll man die aufhalten? Keine Ahnung. Mit diesen Superblödsinn hier. Ja, ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, mit diesen Superblödsinn anscheinend. So, die zwei lasse ich jetzt auch wieder durch. Wegen zwei jetzt nochmal so einen Superblödsinn machen. Ist auch Superblödsinn halt, ne? Ich hoffe mit den 3,5 komme ich hier zusammen. Räumt mal alles ab hier. Schaut, das ist an alle Nägeln weg. So eine Scheiße ist meine Elende. Das ist Riesenkacke ist es. So hoffentlich geht es mit dem jetzt hier die Stahlblödsinn. Ich weiß es nicht. Wenn nicht mit dem geht es sicher. Aber das ist halt so eine Sache, ne? Hässlich ist es, wenn die hier so rein stürmen. Das sieht nicht gut aus. Ich werde es mal probieren. Gehen die jetzt weg? Ne. Dann machen wir es so. Weg sind sie. Okay. Die machen halt alles weg. So kann man es weg. Und so muss man die Stahlblödsinn loswerden. Und der Busch, der muss den Rest halt aufhalten. Ne? Oder die Büsche. So geht das. Und ich brauche das hier gegen die Stahlblödsinn. Die Stahlblödsinn sind das Problem. Nicht mal die Keramikblödsinn sind so dreckig wie die Stahlblöds. Die Stahlblödsinn sind wirklich mies. Ja gut, ich wusste nicht, was das hier genau verursacht. Jetzt haben wir natürlich nur mehr drei. Aber okay. Immerhin drei. Wave 36. So, bald haben wir unsere fünf. Und ich glaube, dann macht er sicher Stahlblödsinn. Wave 37. Oh, nicht schon wieder so viele Stahlblödsinn. So, bäm. So. Schaut euch, die sind fast 5000. Gleich haben wir es. Die muss das hier aufhalten. Die Büsche müssen die aufhalten, die Camouflags. Das geht auch. Kein Problem. So, gleich haben wir es. Gleich haben wir es. So, wir haben es. So, jetzt hält das aber aus, die Stahlblödsinn, oder? Jawohl. So, die können uns einmal haben. Oh, oh. Die Stahlblödsinn. Zwei mal noch Reserve für nachher. Der kriegt jetzt einmal Range hier. Das ist ein bisschen. Jo. Auch herumschießen kann. Stahlblöds können uns jetzt kreuzzeitig mal. Aber sowas von. So. Mehr kann ich gar nicht. Nur das geht. Okay. Dann nehmen wir natürlich einen zweiten Supermarkt. Büsche können sich wieder erholen inzwischen. Jo. Wir schaffen es. Aber das mit den Stahlblöds. Ich meine, das ist halt das. Ich habe nur keine Erfahrung mit diesem Special Agent. Von daher, ich benutze die eigentlich nie, weil, ja, ich finde, es gehört natürlich zum Spiel. Aber das ist wie Hilfen und so. Und dadurch benutze ich das nicht so gerne. So, kein Problem. Das halten unsere Büsche aus. So, einen zweiten nimmer inzwischen. Den geben wir hier hin. Der kann auch mitschießen fleißig. Auch gleich upgraden. So, wenn man mehr Range kriegt. Wo sind wir, Leute? Wir sind in Wave 45. Nächste Runde kommt ein Boss. Da ist er, der Scheißer. Irgendwie mal ein bisschen mehr Range. Der hat irgendeine Riesenrange hier. Wave 47. Come on, Flux bleiben über. Aber die Büsche machen das. Das ist kein Problem. Wave 48. In der 49er können wir vielleicht diese Superdinger da nehmen. Muss mal schauen. wieder super für klarkommt. Aber ich denke mal, er kriegt jetzt einen Upgrade. Und dann haben wir hier zwei von denen. Das sollte ganz gut gehen. Kein Problem soweit. Wave 49. So, den haben wir jetzt auch. Zack. Jawohl, das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Das sieht ein bisschen brutal aus. Aber wir kriegen das hin. Kein Problem. Wave 50, Leute. Und mal Wave 50. Und Wave 51. Sehr viele Herzen. Aber das geht. Muss man nichts benutzen. Büsche sind auch noch da. Wir benutzen das. Das war jetzt zu viel. Gut. Aber ich kann mal schon wieder ein Supermonkey leisten. Da kann man jetzt einen dritten hin. Der soll genauso Gas geben hier. Wie die anderen. Wir lassen den noch 5.000 schnell. Dass er mitmischt. Einmal haben wir nur Supermonkeys, falls nötig ist. Wave 53. Sehr schön. Können wir upgraden. So, die Büsche da hinten sind fett. Die halten uns diese Camonflaks auf. Weil die macht der Supermonkey nicht. Wave 54, Leute. Die vorletzte Runde. So. Einmal Supermonkeys haben wir noch. Kriegt auch mehr Range. So passt das. Wave 55. Die letzte Runde. Das ist ready hier, falls was ist. Aber das wird's halt kein Problem hier. Jawohl. Schön gemacht haben wir das. Schön geschafft. Eine sehr interessante Challenge. Oh, ist das da unüblich. Nur mit diesen Dingen da unten. Aber hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wir haben jetzt 42 abgeschlossen. Haben wir nur einiges vor uns. Da freue ich mich da drauf. Es ist wirklich ein vielseitiges und gutes Game. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020